Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Cumweb. Kennt ihr eigentlich schon die Funktion Zebra in EDIUS, also nicht der von der Kamera? Ich glaube, die wenigsten wissen eigentlich, dass es die Funktion Zebra überhaupt gibt in EDIUS. Die Zebra-Funktion ist dafür da, dass sie überbelichtete Bereiche, sprich eigentlich sind es überbelichtete Bereiche aus der sogenannten BT470-Norm, das ist der Norm, womit Fernsehanstalte wie WDR und ZDF senden über die ETA, dass diese Überbelichtung im Prinzip nicht gewünscht ist und diese können sie abstellen. In EDIUS finden sie genau diese Funktion auch. Es ist nur ein bisschen versteckt und deshalb werden wir das mal angehen, damit sie demnächst den immer zur Verfügung haben und dementsprechend etwas einfacher sehen können, wenn sie das möchte, ob etwas überbelichtet ist oder nicht. Ich habe hier ein kleines Bild geladen. Der Zebra-Funktion ist ein bisschen versteckt. Wir müssen also hierfür einiges machen. Die erste und einfachste Art, den zu finden, ist, wenn Sie in der Ansicht gehen und hier auf Overlay klicken, dann haben Sie ja hier ein paar Möglichkeiten. Und wenn Sie ganz unten sind, finden Sie diese Funktion Zebra und hier habe ich das Thema eingeschaltet und Sie sehen sofort, was passiert. Die Bereiche, wo er der Meinung ist, dass das überbelichtet ist, sprich er ist EDIUS, wird angezeigt wie in der Kamera. Sie kriegen dann so streifenformige Zebra-Streifen im Prinzip. Wir wissen jetzt, dass diese Funktion zur Verfügung steht. Das Problem ist, er ist sehr lästig zu finden, weil man eben die Zebra einschaltet, ist das eine. Aber jetzt habe ich es gesehen. Ich weiß, ich muss handeln, aber jetzt möchte ich den gar nicht mehr haben. Und dann muss ich wieder in Ansicht gehen. Ich muss dann wieder auf Overlay und muss wieder auf Zebra gehen. Sie sehen, ich habe auch keine Kurztaste. Das heißt, sogar wenn ich clever bin und sage, ich benutze die Kurztaste, das behalte ich schon, habe ich hier keine Chance. Gut, wir können allerdings ein paar Sachen machen, wodurch wir das vereinfache. Die erste und sinnvollste Möglichkeit, die Benützereinstellungen zu aktivieren, und zwar, dass wir es immer sehen. Das geht folgendermaßen. Sie gehen hier auf Einstellungen, wählen hier die Benützereinstellungen aus, gehen da rein, gehen auf Benützeroberfläche. Ich will ja was auf der Oberfläche hinzufügen, und zwar diese Zebra-Einstellung, die wir jetzt ein- oder ausschalten können. Und zwar geht das über die Schaltfläche. Und jetzt kommt der Trick. Wir nehmen den Rekorder, und zwar den linken Seiten. Der Rekorder ist im Prinzip das Bild, was Sie jetzt im Moment bei mir auf dem Bildschirm sehen. Das heißt, es wird da diese Funktion dargestellt. So, und hier sehen Sie, dass im Moment nur die In- und die Out-Punkt-Sätzen aktiviert sind. Wenn wir hier aber mal durchgehen über diese Schaltfläche, sehen Sie, dass es einige andere Funktionen noch gibt, die durchaus einen Sinn machen. Unter anderem, ich benutze sehr gerne den 100-Hauptfach-Play. Das heißt, wir sehen es etwas schneller als Echtzeit. Wenn man selber gedreht hat, ist das eine sehr schöne Funktion, etwas schneller vorwärts zu gehen. Und, aha, da ist er. Wir sehen die Zebra-Anzeige ein- und aus-umschalten. Na dann, also, Zebra-Anzeige ein- oder ausschalten. Die können wir jetzt auch hier durch das Häkchen wieder anzuklicken, verschieben auf der rechten Seite. Dadurch wird dieser in der aktuelle Schaltfläche aktiviert. Und das heißt, er steht ab sofort zur Verfügung. Das gucken wir uns mal an. Wir sagen jetzt anwenden. Und, voila, an dieser Seite hier finden Sie jetzt die zwei Funktionen, die wir zusätzlich jetzt hier haben möchten. Und deshalb gehen wir jetzt hier mal raus. So, was funktioniert oder was passiert jetzt? Wir haben jetzt unsere Clip wieder. Und jetzt bin ich der Meinung, oh, mal eben schauen, wie sieht das aus mit Zebra. Dann klicke ich hier einfach auf dieses Symbol. Und, voila, wir sehen sofort diese Zebra-Funktionen. Das heißt, ich habe jetzt eine sehr einfache Methode, eben mal schnell zwisendurch diese Zebra-Funktionen ein- oder auszuschalten. Gut, so heißt er, und jetzt? Gut, hierfür gibt es auch eine kleine Hilfestellung von der Firma EDIUS. Und zwar sind das, oha, wie ist es möglich, in der Effekte die sogenannten Farbeffekte. Wenn ich also hier in der Video-Filter gehe, dann finde ich eine Leiste des mit Farbkorrektur. Und das sind alles im Prinzip Farbkorrekturen. Und egal, welche ich jetzt im Prinzip von der obersten 3 nehme, ich kann einfach, ich nehme jetzt mal Farbrad und lege die auf der Clip, die betroffen ist. Und habe jetzt an der Informationspalette eine Farbrad-Funktion hinzubekommen. Diese klicken wir jetzt an. Aber jetzt sehen wir hier einen ganz kleinen, unscheinbaren Knopf, der nennt sich sichere Farbe. Und wenn ich diese jetzt aktiviere, dann haben wir im Prinzip, Sie sehen, was passiert, die Zebra-Funktion verschwindet. Warum? Weil wir jetzt dafür gesorgt haben, dass wir den oberen Bereich, der über die 100% hinausgeht, im Prinzip weggeschnitten werden. Ganz einfach ist also diese sichere Farbe hier, einfach dementsprechend einzuschalten oder auszuschalten. Ich mache also gar nichts mit der eigentlichen Funktion von diesem Filter, sondern ich sorge nur dafür, dass sichere Farbe einmal angewendet ist und dementsprechend hier drin ist. Und schon habe ich diese Überbelichtung ausgeschaltet. Es gibt noch eine zweite Methode, wie ich diese ganze Geschichte noch anders ansteuern kann. Dafür müssen wir wieder in den Benützereinstellungen. Und jetzt können wir im Prinzip bei der Tastaturkurze, das heißt, wir gehen wieder auf die Benützeroberfläche und gehen jetzt in Tastaturkurze und suchen uns unsere Zebra auf. Wir wissen ja, da ist noch gar keine Kurztaste vorhanden. Aber was nicht ist, kann schon gemacht werden. Das heißt, wenn ich hier gucke, keine Zuweisung. Und das einzigste Sinnvolle, was ich denke, was sinnvoll ist, sagen wir es mal so, ist eine Funktion zu finden, die mit der Z-Taste, Z von Zebra, zusammenarbeitet. Und wenn wir hier mal nach Z suchen, haben wir Glück, wir finden den zwei drüber, und zwar beim Wiederherstellen. Ja, da kennen wir den Z für. Die ist also schon belegt, würde ich auch lassen. Aber Sie sehen, wenn wir Z plus Alt benutzen möchten, dann haben wir natürlich eine Möglichkeit, den noch zuzuweisen. Und das ist die Sache, die ich Ihnen empfehle. Wir können also selber eine eigene Kurztaste im Prinzip erzeugen. Ich mache hier jetzt mal den Zebra, klicke an, sage hier zuweisen und drücke jetzt die Alt-Taste. Sie sehen, diese wird blau. In dem Moment, wenn ich loslasse, ist sie wieder grau. Ich kann also jetzt sagen, diese Alt plus Z-Taste, das ist meine Kurztaste, die ich für die Zebra-Fung schon benutzen möchte. Und jetzt sehen Sie, Zebra-Anzeige ein- und ausschaltet ist Z plus Alt. Wir gehen auf Anwenden, sagen OK. Und ich schalte mal eben die sichere Farbe wieder aus. So, und wenn ich jetzt dann hier auf der Clip im Prinzip den Alt- und Z-Taste drücke, sehen Sie, aha, Zebra wird eingeschaltet und kann dementsprechend angeschaut werden, inwieweit ich hier eine Überbelichtung habe oder nicht. Ja, das war es für heute. Klein, aber fein, denke ich. Ja, und vergessen Sie uns vor allem nicht zu abonnieren bei YouTube oder besuchen Sie uns bei www.comweb.de. Hier erfahren Sie auch noch andere Sachen und können natürlich gerne die Newsletter abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.